Hallo liebe Werder-Fans zum Wiesnhof-Experten-Tipp des 23. Spieltages. Mal schauen, was wir da haben. Dortmund-Hoffenheim. Da müssen wir schon hoffen, dass die Dortmunder gewinnen. Wolfsburg-Bayern. Schwierig. Champions League 1-3. HSV Ingolstadt. Super Partie 1-1. Stuttgart-Hannover. Ja, ich glaube, dass wir in die Stuttgarter gewinnen. 3-1. Augsburg-Gladbach. Mit 0-0. Frankfurt-Schalke. Ich glaube auch, dass die Schalker sich durchsetzen mit 2-1. Köln-Hertha. 1-1. Mainz-Leverkusen. Auch ein gutes Spiel. Ich glaube, 1-2. Und diesmal wird es Zeit, dass wir gewinnen. Und ich sage 2-0 für uns. Da ist meine Unterschrift. Ja, liebe Werder-Fans. Jetzt habt ihr die Möglichkeit auch zu tippen. Und vielleicht könnt ihr es besser als ich. Aber ich hoffe, dass mein Tipp aufgeht.